Ab und zu bekommen wir Anrufe, dass Teile fehlen bei der Lieferung. Macht bitte eines, gerade bei den kleinen Kartons. Ihr hört es schon, oft sind im Paket die Teile noch auf der anderen Seite und habt ihr auf der falschen Seite geöffnet. In dem Paket steckt ein kleiner Zutasskarton mit dem Zubehör. Schneidet bitte beide Seiten auf und dann werdet ihr das Zubehör auch finden.